Hi zusammen. Wir spielen Wer ist es? Eine von uns sucht sich eine Spielerin aus unserem Kader aus. Die andere hat das gesamte Team in Form von Spielkarten vor sich liegen. Und muss anhand von Ja- oder Nein-Fragen erraten, um welche Spielerin es sich handelt. Danach wird getauscht. Gewonnen hat diejenige, die mit weniger Fragen die gesuchte Spielerin erraten konnte. Das klingt doch nach ganz viel Spaß. Oh Mann, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ja, du siehst es doch. Guck mal, ich guck doch nicht. Ich habe das Gefühl, sie schummelt schon, bevor es losgeht. Bin ich eine Ausländerin? Nein. Oh. Dann wird es schon wenige. Ja. Bin ich eine von den jüngeren Spielerinnen? Nein. Arsch. Bin ich eine Spielerin mit langen Haaren? Ja. Trage ich immer einen Zopf? Nein. Okay, da fallen ja auch schon mal ein paar. Auch kein Dutt? Trage ich immer einen Dutt? Auch nicht immer. Okay. Okay. Ist es ein internationaler Spieler? Nein. Okay. International. 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 Ich dachte, ich war smart, wenn ich einen Germaner Spieler wähle. Ich dachte, es sind so viele. Ja. Good guess. Okay. Bin ich deutsch? Ja. Okay. Weg. 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 Bin ich verplant? Ne, normal würde ich sagen. Dann sind die Sid und Clara sicher nicht. Bin ich eine Spielerin, die zu Gartenparty mit hohen Schuhen kommt? Nein. Nein. Stimmt. Trage ich gerne Sonnenbrillen? Nein, wäre mir nicht aufgefallen. Das wäre nämlich aufgefallen. Das wäre aufgefallen. Und das wäre auch aufgefallen. Auch nicht so. Bin ich eine alte, erfahrene Spielerin? Alterfahren? Ja, hätte ich schon. Eher älter und erfahrener als andere. Bin ich eine Spielerin, die viel redet? Ja. Ja. Viel reden. Schon eher viel reden. Bin ich eine Spielerin, die viele Sprüche klopft? Ja. Bin ich blond? Ja. Ja? Okay, dann können wir jetzt mal vorwärts kommen hier. Lache ich viel? Ja. Wer lacht nicht viel? Aber ja, du lachst viel. Bin ich unter den Top 5 der meisten Lacher? Schon ja. Okay, dann mache ich jetzt mal. Scheiße, ich weiß ja nicht, wie du die einschätzt. Aber ich mache die jetzt einfach mal weg. Egal. Bin ich Linda Dallmann? Ja. Du bist Linda Dallmann. Erlösung. Linksfuß? Ja. Franzi. Ja. Richtig. Ja. 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 Suez. Ja. Weil sie nicht blont sind und glow. Warum kann Glow Spanisch sprechen? Ja, ein Vorko! Sie hat mir den letzten Tag gesagt. Du kannst ja immer noch eine legen. Ich bin Mara. Nee, bist du nicht. Ich bin Anna Werner! Richtig. Mach du jetzt mal schnell, Latvia. Nee, aber ich guck nicht. Ich bin der Kuppa-Kabana. Oh, ist sie erst dann? Ja.